Hi Fans, ich bin's wieder der Turboreini mit einem weiteren Video von der Turbosounds App. Am Anfang wieder der Hinweis, bei YouTube unten einfach auf Abonnieren klicken, dann kriegst du immer eine Nachricht, sobald es ein neues Video von mir oder von der Turbosounds App gibt. Ist natürlich völlig kostenlos. Gut, wir machen weiter mit dem Styler Ranger. Im letzten Video habe ich dir ja gezeigt, wie man die Sounds auswechseln oder optimieren kann und in diesem Video zeige ich dir die Funktionen vom Styler Ranger bzw. von dieser Leiste hier unten. Ganz wichtig wieder, ich habe im letzten Video schon gesagt, dass der Style läuft, musst du einfach eine Session angewählt haben, wo du ein Instrument auf dem Akkordkanal von deinem Akkordeon oder von deiner steirischen hast. In dem Fall habe ich da eine Gitarre angewählt, die ist bei mir auf Kanal 2. Das hat den Hintergrund, dass der Styler Ranger gesteuert werden muss. Das sieht man hier über diesen Begleitknopf, siehst du immer den Akkord, den ich drücke. Wenn ich jetzt F drücke oder Fmol, F7, also der Style Ranger wird einfach von den Akkorden gesteuert. Des Weiteren, dass ein Style läuft, musst du auch hier entweder A, B, C oder D angewählt haben, dass der Style einen Rhythmus spielt. Jetzt kann man stoppen. Genau, das ist die Grundeinstellung, dass ein Style läuft und jetzt zeige ich dir einfach die Funktionen, weil man ja nicht immer mit der Hand während dem Spielen aufs iPad drauf tippen kann, gibt es natürlich hier ganz tolle Hilfsfunktionen. Das erste, das ich dir zeigen möchte, ist dieser Sync Start Knopf und dieser Sync Start Knopf hat drei verschiedene Zustände. Der erste ist praktisch hier, wenn es grau hinterlegt ist, ist er ausgeschaltet oder deaktiviert. Wenn man den jetzt einmal drückt, wird der blau, das heißt der Sync Start ist aktiviert. Was macht der Sync Start jetzt? Der Sync Start startet den Style automatisch, sobald du hier einen Akkord drückst. Das zeige ich dir jetzt mal. Ich drücke einfach einen Akkord, dann startet das Teil. Stoppen können wir jetzt mit der Hand wieder und der Sync Start ist noch aktiv. Das heißt, wenn ich jetzt einen weiteren Akkord drücke oder denselben einfach irgendeinen Akkord, startet der Style dann schon wieder. Hier wieder stoppen. Genau, wenn ich jetzt noch mal auf diese Schaltfläche gehe, verändert sich die Farbe und der Sync Start wird orange. Das heißt, er ist aktiv, aber nur für einen einmaligen Gebrauch. Das heißt, ich kann jetzt hier starten auf der Akkordseite und sobald ich gestartet habe, wird der Sync Start deaktiviert. Das heißt, ich kann hier stoppen wieder, aber wenn ich jetzt was drücke, dann passiert nichts. Also genau, diese drei Zustände aus. Der zweite Zustand ist blau, da ist er ständig drin, der Sync Start. Der dritte Zustand ist orange, ist er einmalig, dieser Sync Zustand. Genau, jetzt gehen wir aber auf blau und jetzt zeige ich dir die nächste coole Funktion und zwar ist das gleich drunter, das ist der Sync Stop. Der hat jetzt zwei anwählbare Zustände und zwar hat er nur ein oder aus. Wenn er grau ist im Hintergrund, ist er aus. Wenn du drauf tippst und er ist blau, ist er aktiv. Der Sync Start macht jetzt, wie der Name schon sagt, oder Sync Stop, sorry, der Sync Stop hat jetzt folgende Funktion, der stoppt den Style. Jetzt können wir den Style mal starten. Wir haben ja Sync Start drinnen, drücken einen Akkord. Der Style läuft. So kann ich hier wechseln die verschiedenen Harmonien. Wenn ich jetzt aber einen Akkord kurz drücke, stoppt der Style. Das ist der Sync Stop. Hier wieder starten, kurzer Druck, Stop. Also gefühlt ist es jetzt so, dass man beim Sync Start eine halbe Sekunde drauf bleiben muss und beim Sync Stop einfach bloß antippen. Somit hast du beide Hände voll zur Verfügung für dein Instrument, für deine steirische oder für das Akkordeon und kannst den Sync Start ganz einfach, also den Style hier starten und hier stoppen. Du kannst auch den Stop, also wenn er gestoppt ist, mehrmals drücken. Zum Schluss zeige ich dir mal ein kurzes Beispiel. Genau. Somit kannst du eigentlich voll loslegen und ganz unkompliziert ohne Fußpedal oder einen weiteren Teil einfach mit Styles spielen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir wollen jetzt aber auch wahrscheinlich mal umschalten von diesen Variationen oder Break-Sätzen. Selbstverständlich kannst du das auch mit der Hand machen. Genau, für zu Hause reicht es vielleicht, aber öffentlich oder wenn man Auftritt hat, ist es doch besser, wenn man die Hände vollkommen frei hat zum Musizieren und nicht immer aufs iPad hin tippen muss. Dazu kann man ein Fußpedal verwenden und das zeige ich dir jetzt mal. Ich habe hier das Fußpedal vom Stoppacher Sepp aus der Steiermark. Das ist ganz ganz ein cooles Pedal. Das ist nämlich kabellos. Das funktioniert mit Bluetooth und hat vier Schalter oder Taster. Das kann man sogar einprogrammieren, ob das als Taster oder als Schalter fungiert und hat zwei zusätzliche Anschlüsse mit Klinkenbuchsen, wo man jetzt zwei weitere, entweder Taster oder Schalter anstecken kann oder ein Expression-Pedal. Also ich habe es kombiniert. Ich habe ein Expression-Pedal angeschlossen für die Lautstärke rechts und hier nochmal einen Schalter hingemacht. Und das Tolle ist, das ist kabelfrei, kannst du frei belegen. Falls dir jetzt die nicht reichen sollten, kannst du sogar ein zweites Bluetooth-Pedal verwenden. Dann hast du natürlich die doppelte Anzahl. Also hier haben wir vier Taster und zwei Buchsen. Das sind sechs Möglichkeiten, was man hier schalten kann. Wenn du zwei Pedale hast, hättest du zwölf Möglichkeiten und so weiter und so fort. Du kannst aber auch, weil der Stoppacher Sepp das umprogrammiert hat, seit einiger Zeit, gibt es auch verschiedene Bänke. Das heißt, du hast 16 Bänke. 16 mal 6 Belegungen kannst du hier einstellen. Also ganz eine tolle Sache. Da gibt es ein eigenes Video dazu. Und für andere, die jetzt sagen, sie möchten jetzt mehr Schaltflächen direkt da haben, gibt es auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel das Behringer FCP 1010 verwendet. Es hat zehn Taster, zwei Schweller und zehn Bänke. Der Nachteil von dem Behringer ist ein bisschen, weil man immer Stromkabel braucht, also ein Netzteil braucht es. Und man hat die MIDI-Kabel. Also man hat mehr Kabel. Und das Stoppacher ist auch wesentlich kleiner wie das Behringer. Also das ist mein Favorit. Aber die Entscheidung überlasse ich dir. Genau. Jetzt wieder zurück zum Thema. Und zwar möchten wir jetzt einfach das Fußpedal oder die Schalter oder Taster einfach zuweisen. Und die kann man jetzt zuweisen auf den kompletten unteren Bereich hier von dieser ganzen Leiste. Also wir haben ja beim Style-Aranger hier Einleitungen, drei Möglichkeiten. Da sind jetzt bloß zwei aktiv, weil der Style eben bloß zwei hat. Wenn der Style jetzt drei Einleitungen hätte, dann wäre das jetzt auch noch aktiv. Also wir haben bei jedem Style drei Einleitungsknöpfe oder Buttons. Dann haben wir vier Hauptteile. A, B, C, D. Und dann haben wir Endings. Da haben wir auch A, B, C. C ist ja nicht aktiv im Style. Das liegt aber am Style. Also genau diese drei. Dann haben wir einen Break. Dann haben wir die Begleitung. Dann haben wir Sync-Start, Sync-Stop, einen Startknopf und einen Aufnahmeknopf. Und diese ganzen Knöpfe, Tasten oder Schalter kannst du jetzt auf dein Fußpedal legen. Genau. Das machen wir jetzt mal. Und zwar möchten wir jetzt das auch so machen, dass man während dem Spiel einfach hier diese Hauptteile umschaltet oder durchschaltet. Wie das jetzt geht, zeige ich dir. Einfach hier unten in der Tobelsons App auf Einstellungen gehen. Dann die Zeile aussuchen, wo hier steht Fußpedale zuweisen. Da gehen wir jetzt in den unteren Bereich, wo die Überschrift steht Style Arranger. Genau. Und hier haben wir, wie ich schon gesagt habe, die ganzen blauen Tasten, blauen Knöpfe. Dreimal Einleitung, also A, B, C. Hauptteil A, B, C, D. Endings A, B, C. Den Break. Dann kann man hier den Main umschalten. Immer zwischen B und C abwechselnd. Oder den Main umschalten. Der geht immer in der Reihe. Also A, B, C, D. A, B, C, D. Genau. Hier kann man die Begleitung auseinschalten. Sync Start auseinschalten. Sync Stop auseinschalten. Und hier ist Start und Stopp oder Wiedergabe oder zu Ende gehen. Diese ganzen Funktionen kannst du jetzt auf deinem Fußpedal zuweisen. Und da muss man vielleicht ein bisschen rumprobieren oder sich ein System überlegen. Was möchte ich jetzt genau wo haben, dass man ein bisschen einen Überblick hat und dass es für einen praktisch ist. Ich mache jetzt mal folgendes. Ich möchte jetzt einfach dieses Umschalten von den Hauptteilen auf dem Fußpedal hier unten auf den Taster 1 haben. Das machen wir jetzt mal. Wir gehen in die Einstellungen. Hier auf die Fußpedale zuweisen. Und dann wähle ich aus die Zeile Main, A, B, C, D Umschalter. Einfach auf die Zeile tippen. Dann wird die orange. Jetzt drücke ich unten die Taste 1 und dann wird hier der CC reingeschrieben. Das ist der CC 16. Jetzt gehen wir zurück und schauen wir mal, was jetzt passiert, wenn ich den Taster 1 verwende. Wird jetzt durchgeschaltet. Das siehst du hier von den Hauptteilen A, B, C, D, A. Also es läuft immer hier im Kreis. Somit kann ich das mit dem Fußschalter machen. Das zeige ich dir jetzt vielleicht gleich in der Praxis. Ich starte hier mit Sync Start, drücke hier unten die Taste 1, wird umgeschaltet auf Main B, auf C, auf D und wieder auf A. Also das kann ich jetzt alles während dem Spiel machen. Das Teil wieder stoppen mit einem kurzen Druck. Somit habe ich Start, Stopp hier und kann die ganzen Variationen durchgehen. Jetzt habe ich unten noch einen Platz frei. Jetzt möchte ich zum Beispiel den Break, lege ich jetzt, ist hier die Zeile, also bei den Fußpedalen zuweisen, wähle den Break an und lege den auf die Taste 2. Einfach hier die Taste 2 drücken. Schon ist der verknüpft. Jetzt habe ich den Break auf dem, hier diesen Break auf der Taste 2. Der Break funktioniert natürlich nur während dem der Style läuft. Darum starten wir den jetzt mal. Der Style läuft. Jetzt spielen wir einen Break. Genau, jetzt kannst du natürlich auch variieren. Du kannst den Break drücken und während der Break läuft dann umschalten, hier von den Variationen. Das zeige ich dir auch mal. Jetzt habe ich auf B geschaltet. Nochmal das Ganze. Super, jetzt wieder kurzer Druck. Dann habe ich hier den Stopp. Also hast du alle Möglichkeiten frei. Wie du das Ganze dann belegst, das bleibt dir überlassen. Da musst du vielleicht ein bisschen ein Konzept machen oder am besten einfach mal alles ausprobieren. Dann kommst du schon dahinter, wie das für dich am besten ist. Genau, ich mache es meistens so, dass ich den Sync Stopp ausgeschalten habe und hier nur den Start anlasse. Und den Style zu stoppen, den lege ich mir hier unten bei Wiedergabe oder zu Ende gehen. Das ist praktisch Start, Stopp. Ich wähle die Zeile an und habe ihn hier auf dem Pedal oder Taster 4 gelegt. Wird hier reingeschrieben. Das heißt, ich starte den Style mit Sync Start. Einfach einen Akkord drücken. Dann startet er. Stoppen mache ich unten hier mit dem 4er Taster. Der 4er kann man auch zum Starten nehmen. Ich sage Start, Stopp. Ich mache es aber in der Praxis so. Starten tue ich immer den Style hier. Einfach mit dem Akkord. Und unten stoppen. Genau. Und so geht es also praktisch mit allen Funktionen oder mit allen Tastern, die du hier zur Verfügung hast. Da kannst du dich einfach rumspielen, sodass du völlige Freiheit hast. Du kannst also ganz normal auf dein Instrument konzentrieren, auf die rechte und linke Seite. Den Rest machst du einfach mit dem Fußpedal. Gut. Jetzt habe ich unten noch, das vielleicht noch als Hinweis. Ich habe den 3er normal belegt gelassen. Und da nehme ich jetzt den Herd zum Instrumente aus Einschalten. Weil ich habe jetzt zum Beispiel eine Session angelegt. Hier, wo ich eine Gitarre drin habe. Ich mache das mal auf, dass du das siehst. Eine Session. Da ist also die Gitarre abgedreht. Weil die steuert ja nur den Style Arrange, also die Akkorde. Und habe mir hier auf die Diskanzseite, die habe ich ja auf dem Expression Pedal, ein E-Piano gelegt. Und die Taste 3, da schalte ich das Instrument um. Da habe ich hier die Tremolo Gitarre. So kann ich hier umschalten. Und wenn ich von dem Expression Pedal runter gehe, ist der Sound von der Gitarre oder vom E-Piano weg. Und kann das Akkordeon verwenden. Gas. Umschalten. Umschalten. Genau. Somit hast du sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und kannst du das wirklich individuell einstellen. Probier dich einfach da ein bisschen durch mit diesen ganzen Funktionen. Falls du Fragen hast, einfach das Video nochmal anschauen. Oder kannst du mich auch gerne anrufen oder schreiben. Und ich glaube, für dieses Video reicht das wieder. Im nächsten Video zeige ich dir dann noch, wie man Voreinstellungen machen kann bei einem Style. Und wie man die Styles mit einer Session verknüpfen kann. Und dann natürlich noch, wie man das mit einem Textprogramm oder Notenprogramm noch verknüpfen kann. Genau. Das war's soweit. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und sag, all is easy, so langt der Turbo rein.